guten morgen guten morgen hier hinten genau wir setzen die kampagne wieder fort wir wollen es ja irgendwann auf die letzte insel schaffen bevor es dann ein neues spiel gibt denke ich mal und bin ich dann nicht so war stehen geblieben hier dieser wunderschöne weiß ich nicht was insel insel verlassen könnte tatsächlich schon mussten ganz kurz raus haben so der macht werkzeug stimmt genau was fehlt denn hier holzgriffe lol ok hallo das sind holzbretter wir haben doch wir haben doch holzbretter es gibt platz was ist denn das das sind doch holzgeblätter warum ich verstehe das netz hier oben wird jetzt das hergestellt ok können wir denn dann hier hier können wir genauso wenig herstellen hä wieso ist denn das nicht mehr grün sondern gelb mittlerweile gab es ein update ich weiß es netz auf jeden fall sehr viele ressourcen hier rumliegen zu viele ressourcen könnten eigentlich ein bisschen was verkaufen hier machen wir das mal so hier jetzt einfach und so verkaufen wir jetzt einfach mal ein bisschen was hier verkaufen wir jetzt einfach mal ein bisschen was hier wir sollten eher die steine ja genau und nicht das holz die holzbretter brauche ich ja noch warum geht dat weizen weizen äh das ist hier doch das geht da rüber ok so jetzt haben wir überall wieder ein bisschen mehr platz und wir machen ordentlich geld wir haben schon 10k lull das hier waren die roboter hier dürfte gar keine mehr hergestellt werden das hatte ich pausiert äh hier ist das große lager genau hier kann alles rein aber gut wir haben ja die insel jetzt eh schon soweit durch ähm wir verlassen die jetzt einfach mal wir wollen ja irgendwann auch weiter kommen im geschehen erst mal dazu ein schub Kabel trinken hier so jetzt geht's äh auf die asche welt ok ich war gespannt und es sieht schon mal nicht schön aus wenn ich hier so vertrocknete Schlammerde sehe ach du ach du heimat aber alle roboter mitgenommen aber wirklich alle holy shit das kann ja nur zu lex führen ähm lagerfeuer eins da eins dahin und dann müssen wir einfach mal hier jetzt äh 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 hallo es muss ein update gegeben haben das ist ja alles neu jetzt hier so das ist ja alles neu gemacht jetzt äh kapuzineräffchen okay 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 sooo 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 und sooo und dann können wir nämlich das erste große Lager tatsächlich hier hin machen ähm ähm das Lager darf erst einmal nur bekommen äh 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 keine Ahnung nehm mal einmal äh das 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 dann könnt ihr hier nämlich schon mal loslegen ne so dann holen wir raus natürlich Holz und Stein das äh das äh Steinblock den Baustein ähm den da den da den da den da und ne Kupferholing nicht den Stein rollen wo ist denn der ähm ähm das ist sehr interessant das also das Update muss es wohl in sich gehabt haben und und ich hab's nicht mitbekommen wow wow äh dann hier einmal angleichen und hier und und hier und hier angleichen das Lager wird sich gleich mal richtig schön erweitert so die noch das noch ey so so äh hallo so aufhören denn wir brauchen jetzt als erstes die Basiswerkstatt einmal 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 da was was brauchen die denn ach die sind schon fertig oh die sind schon fertig gebaut okay okay haha geil äh Lagerfeuer da eins hin da eins hin und das muss noch gebaut werden okay okay zwei neue äh äh Lager Plätze warum ist denn das hier rot rot warum ist denn das rot ist das hier nicht weg das ist das hier nicht weg mach mal weg mach mal weg da muss dann das Lager hin äh hallöchen Sarah und guten Morgen äh das was wollen die denn stein und holz scheitern wir doch alles im bau äh ja dann baut das doch mal jetzt so 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 hier äh was stellen wir hier her auf jeden fall steine und hier den spaß so wir brauchen felder und wir haben kein grünzeug wo man es anpflanzen können schön das ist diese da und diese da Dann Lagerfeuer, machen wir da eins hin, dort, da drüben, und da. Gewonnen, Insel, was? Ich hab noch nix gebaut. Ihr wollt mich doch verarschen. Die können alle in das Lager, warum macht ihr das nicht? Wo soll ich denn hier bitteschön Weizen herstellen? Ne, das war ne Farm, weg damit. Na doch, Farm. Kann ich nix herstellen. Geil. Wow. Oh man. Hier und hier angleichen. Hm, 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 hm. Was ist das? Dunkler Monolith. Guck mal, hier können doch auch Holzscheide rein. Hä? Ich versteh das nicht. Ja, lagert die doch. Hä, warum lassen die sie liegen? Oh, es ist lang her, dass ich das gespielt hab, ey. Wow, da kann ich noch das anbauen. Oh, wow. Ähm, Lagerfeuer dahin. Oh, ihr macht jetzt noch mal einen Ticken schneller hier. Kann ich hier irgendwas anpflanzen? Ne, natürlich nicht. Okay, dann würde ich sagen, wir nehmen das einfach nur alles zum Abladen. Kann man das da rein machen? Irgendwie? Ne, schade. Also jetzt, ne, jetzt soll ich gucken, ob's hier wenigstens etwas Grünzeug gibt, wo wir was anpflanzen können. Oh, das ist ja. Oh, das ist ja. Oh, das ist ja. Äh, da einmal Lagerfeuer hin. Hier einmal hin. Da haben wir schon. Hier, das geht bis dahin. Dann können wir hier noch eins setzen. Eisenader. Das ist jetzt echt mal creepy. Was ist das? Kakaobohnen. Wow. Hier gibt's nicht mal ein Tier, was Milch gibt. So, aktivieren das noch mal. Ähm, Weizenbündel. Ja, ne, der akzeptiert ja alle Güter. Guck mal, wie groß ist denn die Insel? Nicht groß auf jeden Fall. Sag mal. Was ist das? Ein Gorilla. Da ist ein Gorilla. Da ist ein Gorilla. Hmm. Schon seltsam hier alles. Naja. Dann. Was, Raimund? Du hast gewonnen. Raimund hat abbauen und Erntenlevel 4 erreicht. Schön. Insel verlassen. Die ist mir ein bisschen zu creepy. So. Dann geht's ab auf die letzte Insel. Wenn ich das grüne Grasland sehe. Wenn ich das grüne Grasland sehe. Das gefällt mir jetzt schon wieder. So. Meine ganzen Kampfroboter. Ihr kommt erst mal dahin. Oh. Oh. Erst mal weg damit. Und hier. Wir brauchen Platz. Plus das eine oder andere Lagerfeuer. Da. Und wir bauen. Da noch eins hin. Die Hälfte steht wieder nur faul rum. Ein Rotkehlchen. Und ein Gockel. Und ein Gockel. Und ein Gockel. So. Ach komm. Wir vergrößern dich nochmal. Hier. Und hier. Dann darf da rein. Als Lager verwenden. Auf jeden Fall. Ich lasse es jetzt so machen, was wird denn alles ausgewählt? Es dürfte eigentlich gar nichts ausgewählt werden. Holz. Das, 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 das. Stein, das, 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 das und Kupfer, das, das und das. So. Hama Tite nämlich auch. Hier, Angleichner. Und hier auch noch mal. Dann machen wir jetzt einfach mal alles weg, was wir hier sehen. Ich hatte nichts vergessen. Schön. Da habe ich nichts vergessen. Hier vom Braumatz 2. Sehr schön. Sehr schön. So, ach so, ähm, ne, Weizen hauen wir da noch nicht mit rein. Dann meine kleinen Roboter. Da hin mit euch. Lager kommt hier hin. Hier wird das ausgewählt. Hier wird das alles ausgewählt. Natürlich auch wieder so. Und. So. Ähm, dann. Entladen, abbrechen. Auf jeden Fall erst einmal. Dann, 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 dann. bräuchten wir ein kleines Weizenfeld. Das machen wir hier hin. Äh, Weizen. Ein Brunnen. der Brunnen bekommt auch noch ein Lager das Weizenfeld bekommt noch ein Lager so und das von hier da und da rein gut dann haben wir das nämlich auch Holzgrip erstmal weg machen brauchen wir erstmal nicht das sind hier das veredelt das Holz okay gut 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 genau weiter aufdecken Lagerfeuer dahin dahin und dahin und dahin und dahin und dahin nein das da das da das da so und so so und so und so dann kommen wir hier die Ecke wieder voll mit Lager genau 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 so hier tun wir jetzt alle Güter akzeptieren so so und dann 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 Bäckerei kommt da eine hin das dazugehörige Lager kommt hier hinten hin ja aber was braucht die Bäckerei ähm Ziegel, Baustein, Steinblock ähm ja Ziegel ähm ähm so äh äh du sollst Ziegel auspacken so hier rein Hä ich verstehe das gerade nicht der soll doch die Ziegel da nehmen ach die steht schon oh äh so einfach mal alles auswählen dahin Wasser dahin ja Mais ja kommt alles auch noch so äh 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 okay hier kommt dann Wüste äh da muss ich mich tatsächlich ein bisschen klein halten äh mit allem äh schade ich dachte ich hätte hier richtig schön los rattern können wenn wir das so machen das so das Lager nach hier allerdings jetzt erweitern dann müssten wir dann müssten wir normalerweise äh genügend Platz für ein neues Feld haben genau und zwar kommt hier rein Tomate kommt dann kommt dann auch hier noch ein Feldchen hin das ist ja das ist jetzt so ein zwei drei vier mal drei vier mal drei mal das so ein Lagerfeuer brauche ich tatsächlich hier unten mal so Erdbeeren Blumen und das alles dann hier rein äh dahin so dann muss man hier jetzt einmal alles abholzen damit wir mehr Platz haben dann können wir nämlich hier die Brauerei hinbauen das wird das Brauerei Lager dann äh so genau hier hinten das Lager wird dann natürlich noch erweitert so so und so und so was habe ich hier Erdbeeren genau und dann erweitern wir hier das Blumenteil auch nochmal ein bisschen so gut 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 und dann fangen wir mal mit der Häusel an wir nehmen erstmal die normalen Standardhäuschen und dann zwei drei eins zwei drei drei äh eine Straße hier lang und hier rum ja komm Scheiß drauf das will Blumen das will Tee so dann Weizenlager da rein das da und da das da und da und da das da 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 ja ja haben wir eigentlich alles ausgewählt genau das da ein mal an das wieder Was holen sie jetzt mit raus? Weizner. Oh, genau. Hier. Wie ist denn das? So eine Baumwolldings brauchen wir ja noch. Das brauchen wir ja auch noch. Wo ist es denn? Hier, Textilverarbeitung. Erst einmal das Lager dazu kommt hier unten rein. Hä, was war das denn? Das geht da rein. Das von hier geht da hin. So, Tiere kommen hier rein. Schafe. Das geht dann da rein. Und das von hier geht halt auch da rein. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Ah, wird langsam hier bei uns. Dann ein Lagerfeuer. Oh, boop, 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 boop. Da hin. Und eins ans Wasser. Und eins da hin. Und da noch eins hin. Und wir wählen einfach alles aus. Sehr schön. Hier gibt's keine Gegner. Nein? Gibt's nicht? Okay. Okay, okay, okay. Neues Feuer dahin. Neues Feuer dahin. Neues Feuer dahin. Was ist denn das hier unten? Da ist ein Vogelnest. Und da ist ein Ei drin. Ah, schön. Äh. Äh. So. Okay, es gibt Gegner. Sehr gut. Hier kommen wir nicht weiter. Also meine Dinger ja doch für was gut. Hier oben muss noch ein Lagerfeuer hin. Äh. Da und da. Oh, es tut mir leid. Oh Gott. Ein Ei krank. Gut. Ähm. Warum? Das akzeptiert doch alle Güter. Warum machen die... Die Sachen... Ach, jetzt lagert ihr... Boah, leck mich doch. Leck mich doch. Steinrohling kann erst zum Aufgehört werden. Ja, das bleibt. Holzgriff kommt später dazu. Genau. Ähm. Hier dürfen aber auch normale Steine rein. Also... Ich hab da nix dagegen. Das und das darf da gerne alles rein. Das darf da rein. Na ja, was denn das? Baustein. Genau. Steinrohling darf da sowieso rein. Hä? Hä? Was hab ich denn hier ausgewählt? Holzbrett. Okay. Das von dem geht ja auch in die zwei rein. Genau. Genau, genau, genau. So. Dann wird jetzt hier schon mal alles weggetragen. Das ist sehr gut. Ich brauch auf jeden Fall noch einen zweiten Brunnen. Der eine reicht da überhaupt nicht aus. So. Das Wasser kommt da und da hin. Dann kommt der einmal weg. Tatsächlich. Das ist ziemlich... Oh, 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 oh. Duh, 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 duh. Hohe Priorität. Hohe Priorität. Oh, 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 oh. Okay, okay, okay. Okay, da oben sehe ich schon Skorpione rumrennen. Interessant. Und da war wieder ein Gegner. Okay, was brauchen wir? Pferdebahnhof. Nein, möchte ich nicht. Wir brauchen aber etwas zum Ausruhen für die Dudes. Und ein paar Sitzbänke. Die machen wir hier hin. Eins, zwei, da und da und da noch ein. Dann können wir hier noch ein bisschen Deko reinhauen. Genau, genau. Hier oben muss alles weg. Hier müssen nämlich Kühe hin. Da müssen wohl oder übel Kühe hin. Oh, was ist das denn? Das ist ein Friedhof? Ein Ort der Ruhe für die Toten und ein Zuhause für alle Arten von Geistern. Cool. Ei, da will ich hin. Da will der Eik doch tatsächlich hin. Müssen wir den Quark hier auch noch weg machen. Unten haben wir schon alles. Und hier oben können wir da nicht wirklich was machen. Nein, das lassen wir noch so, wie es ist. Aber wir können mit denen normalerweise schon mal... ...da hin und kämpfen. Na, bin ich doch mal gespannt. Sind ja mehr als genug. Ja, und wenn ich mit so vielen Robotern unterwegs bin, es leckt einfach nur. Leute, der hat einfach keine Chance gehabt gerade, der Skorpion. Und jetzt kommen sie alle an. Macht sie kaputt. Also, die kämpfen gut, muss ich sagen. Die merzen gut aus. Und wir haben auch hier wieder schön was zum Aufdecken frei. Okay. Das war's. Es ist nur noch einer übrig. Und der ist down. Aber wir können sie hier wieder weiter aufdecken. Das ist schon mal sehr nice. Das ist sehr nice. Das ist sehr nice. Sehr nice. Sehr nice. Sehr nice. Da kommt Kühe rein. Hier kommt das Lager dazu hin. Da muss ich hier oben tatsächlich noch was wegmachen. Denn das Kuhzeug soll da rein und das soll da und da hin. Jetzt brauche ich aber bestimmt noch eine Scheune. Genau. Das heißt, wir können das Tierteil sogar noch ein bisschen erweitern. So. Da könnte man das Lager tatsächlich nach oben bauen. Wenn wir das so machen. Und das so. Dann müssten wir theoretisch genügend Platz haben. Vor allem, wenn ich das Lager hier wieder etwas verkleine. Reicht das aus, das Stück an Lager? Oder sollte ich das vielleicht doch bis hier hin? Ich weiß ja nicht. Ne, wir lassen das erste Mal so. Wir lassen das erst einmal so gehen. Roboterwerkstand. Das ist das nächste, was kommt. Dann geht hier hinten noch ein bisschen weg lang. Hier einmal alles weg. Und hier hinten einmal alles weg. So. Und der auch noch weg. Genau, genau, genau. Dann machen wir das hier. Auch noch weg. Dann können wir das hier auch komplett entfernen. Scheiß drauf. So. 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 Das und das weg. Genau. Ach, ist da was. Wir lassen die jetzt einfach mal hier alles wegmachen. Wir brauchen sowieso die Steine für den Weg. Wir machen jetzt mal die ganze grüne Fläche hier frei. Frei von allem. So. Das da noch weg. Ähm. Hier noch weg. Hier alles weg. Hier alles weg. Äh. Hier alles weg. Da alles weg. Hier alles weg. Hier alles weg. Hier alles weg. Hier alles weg. So. Da würde ich sagen, da haben die jetzt erst einmal was zu tun. Ja, genau. Ja, genau. Und ich mach kurz meine 5 Minuten Pause. In der Zeit könnt ihr hier alles ganz in Ruhe abholzen. Und wir hören uns gleich wieder. Da. Ja. Schükung. Ich die Kn общем. Und wir haben... Ich. 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 Vielen Dank.